Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge von Minecraft Minigames. Beim letzten Mal haben wir ja Cookies gespielt, heute spielen wir eine kleine Runde TTT. Mal gucken, wie das so enden würde. Ich habe schon ewig nicht mehr TTT gespielt. Man kam erst bei 5200, was eigentlich ganz okay ist. Mal gucken, wenn ich Traitor werde, hätte ich den Job, alle Leute zu töten. Wenn ich unschuldiger bin, muss ich versuchen, am Leben zu bleiben und niemanden zu töten. Wenn ich Detective bin, muss ich die Traitor aufspüren. Für diejenigen, die TTT nicht kennen, ich bin unschuldiger und muss versuchen, am Leben zu bleiben. Gehen wir einfach mal hier zum Test hin und schauen mal, was passiert. Ja, das ist der Modus TTT. Wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen alle Modi durch. Haben wir ja mal ein Machen aufkommen, ja. Und vielleicht spielen wir auch mal ein paar andere Server. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal hier hin und gucken mal, was passiert. Hi Detective, hi. Willst du nicht, dass wir uns testen lassen? Trommel ist Tee. Okay, okay, okay. Hi. Ja, ich gehe ja schon rein. Ich habe ein bisschen Ruhe, Junge. Lasst mich in Ruhe. Das ist ein Toter? Warum sind da ein Toter? Okay, okay, okay. Ich will einfach versuchen, die Runde hier rumzubringen. Und ja. Wir testen einfach mal die verschiedenen Modi aufkommen durch. Vielleicht ein bisschen alleine, vielleicht noch mal ein paar Leute. Hier sind Dwight Detectives, ne? Dwight Detectives. Die sind trocken, sind die. Und ja, warum ist da eine Leiche? Hi. Spurensicherung arbeitet noch, okay. Kannst du mal gucken, wer das ist? Ich nehme am besten keine Waffe in die Hand mit der Detective mich. Ich war doch schon. Ich kann auch gerne nochmal reingehen, wenn ihr wollt. Hab Tee, ja. Ich gehe da nochmal rein. Das ist mir sowas von egal. Ich bin auf jeden Fall unschuldig. Okay. Wollen wir noch ein bisschen Action machen? Wir machen mal ein bisschen Action. Laufen ein bisschen rum hier. Okay. Tee, Tee, Tee. Solltet ihr vielleicht alle kennen. Ich habe auch früher mal Gary's Mod Tee, Tee, Tee gespielt. Ist auch ganz cool. Werde ich vielleicht irgendwann mal wieder machen. Wir reden einfach ein bisschen. Aua. Was ist hier Aua? Hi Junge. Hi. What? Also die Detectives schießen sich so ein bisschen gegenseitig ab. Okay, da ist noch eine Leiche. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum, weil ich es kann. Da hinten ist irgendwo einer. Da hinten. Hier, da, der da. Was macht der da? Warum? Warum? War das einer? Ja, der war die Leiche. Der war die Leiche. Der war... Nein, 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 nein. Junge, warum? Ich gehe in den Tester. Bitte lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin auch unschuldig. Lasst mich am Leben. Aber TTT auf Gary's Mod ist auf jeden Fall sehr cool. Habe ich früher öfters gespielt. Der da hinten, der will mich. Ich gehe zu dem. Ich gehe zu dem. Ich gehe zu dem. Hi Junge, hi. Ich laufe hier auf jeden Fall die ganze Zeit ohne Waffe. Von den Typen da habe ich Angst. Ich habe so Angst. Ich bleibe bei meinem Detective. Ich bleibe bei meinem Detective. Ne, ne, ne. Lasst mich in Ruhe, Jungs. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Bitte lasst mich in Ruhe. Bitte lasst mich in Ruhe. Hi. Ich will das hier einfach nur überstehen. Ich will nur überleben. Ich will nur überleben. Das ist alles, was ich will. Hi. Ich laufe euch so ein bisschen nach. Das machen wir alles. Innocent. Aha, aha. Okay, okay. Ich mache das hier wichtig als Innocent. Ich mache gar nichts. Cool, cool, cool. Fünf Leute. Das heißt, einer ist noch. Ich gehe da rein. Ich gehe da sowas von rein. Der andere Typ ist es. Der andere Typ ist es. Hi, Jungs. Ich gehe nochmal rein, dass ihr mir glaubt. Das ist mal richtig lame, was ich hier mache. Du kannst einfach im Tester kommen. Okay. War auf jeden Fall eine coole Runde. Sollen wir noch eine zweite dranhängen? Ja, wir machen noch eine zweite, der ich instant sterbe. Aber da sehen wir uns. Ich nehme den Traitor Pass. Da muss ich versuchen, alle zu töten. Bis gleich. Okay, das mit dem Traitor Pass hat jetzt nicht mehr funktioniert. Da sind schon viel zu viele eingelöst worden. Aber wir versuchen einfach mal zu überleben. Und ja, mal gucken, was passiert. Ich finde hier keine Kisten. Ich habe keine Waffen. Gar nichts. Lass mir mal irgendwas übrig, Jungs. Ich brauche irgendwas. Ich habe gar nichts. Hier oben nicht irgendwo was. Ja, genau. Für mich gibt es gar nichts. Finde ich auf jeden Fall cool. Hi. Okay, ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Irgendwie bin ich geworden. Niemand gesehen. Oh Gott. Niemand gesehen, niemand gesehen. In Half-Life. Niemand gesehen. Ui, 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 ui. Nur verdammtes Holzschwert. Ich brauche vielleicht mal eine bessere Waffe. Ich brauche eine bessere Waffe. Ich brauche sowas von eine bessere Waffe. Ich muss ein bisschen wagen oder so. Ich kann mir jetzt mit 3 Trater Punkte was kaufen. Wer ist denn mit mir Trater? Fitti und Nik und Minekraft. Okay, okay, okay. Ouais. ich hab keinen bogen das war so dumm eigentlich eigentlich war das dumm eigentlich war es richtig dumm dass ich mir hier was gekauft habe okay okay nice meine kollegen haben schon so ein bisschen aufgewandt was nice ist es gibt nur noch okay okay ein traiter ist gestorben das heißt ich bleibe bei dem ich bleibe bei dem ich bleibe bei dem wir regeln das wir regeln das junge wir regeln das kommt so runter jungs kommt so runter ok 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 mein kollege lebt noch das heißt es ist jetzt ein ja hier wo ist der sherlock ich habe den detektiv getötet ist ein achievement ok nice wo muss denn der letzte hallo detektiv um über den detektiv zu klatschen ok wir haben es gewonnen wir haben es gewonnen wir haben es gewonnen gg gg fand ich nice fand ich nice ok ja zwei runden gespielt zwei runden gewonnen so macht man das leute und ich würde sagen ja das war's wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir irgendwas anderes wieder spielen bis dahin und schau